Die 1 1 2 2 3 4 3 4 7 7 8 9 10 11 12 12 12 Ups, ich hörte, man sollte fast drückleben, da hat man das Trick gesehen. Ja, ja, und Toadie. Man hat ein Löschke doch fertig gemacht. Togadon. Aber genau, wie gewinnt das Dumbo-Schneckekse gehabt. So ein Standard-Level für Stalfa-Nash-Konzept. Wie so ein A-Dreck, wenn man da gesagt hört. Ah, Feuer. Spreuz. Das ist natürlich der Feuer. Feuer, Spreuz. Okay. So, wir können anscheinend auch nicht lesen. Also, wenn wir ein Spreuz-Spot-Nash-Konzept. Also, wir gehen heute dann drei weitere Levels machen ins Innere. Drei Levels, die das gekutzt gegangen sind, finde ich noch eh wirklich ein bisschen müssen cutten. Weil das machen wir noch, äh, das schwerste Raum, äh, das schwerste Raum, äh, das schwerste Raum, muss ich noch gucken. So, ich lerne mich, weil wir den heute gesehen haben, holy moly. Okay. Also. So. 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 Hmm. So. Hallo, guck mal, was ist das? Ich level... auch die Idee aus einem von gutem Gesetz. Die knifflige Level, die ich am Anfang auf erlebt habe, habe ich zu probieren. Der megt, wir können da zum Stehen. Aber du musst dir eben die blaue Placke so bei dir setzen. Und das kann dich schon mal direkt instentieren. Aber du hast die Speed-Tone, dass du levelst, weil du hast Peanuts. Aber auch für Speed-Tone musst du denken, für die Kristallen zu sammeln. Also ich schreibe viel brauche für dich dann zum Schluss vom ganzen Buch dazusetzen. Fuck, ich kann das gleich schon freigeschreiben. Ich lebe heute nur von jedem Fall, denn da kann das Ganze nicht so aufgehen. Mal gucken, wo noch die Kristallen auswirken. Wolelele, du hast mich gehört. Und das ist nicht so einfach, wo du gehen zu halten. Weil die ganze Steuerung... Dreiens ist nicht automatisch. Den Token muss man 10 gewischt und Speed-Tone gewischt. Musst du gucken, ob das geht. So, du hast mich da gemischt und auch den zweiten Kristall zu sammeln. Oh ja, dann guck mal, ich lebe hier unten vielleicht noch rauf zu kommen. Weil da muss man rauf kommen, für eine gewisse Mission zu kriegen. Leider ist mir das nicht gelungen. Es hat ja keiner zu scheiß Sinn. Es hat so verlockend ausgesehen, dass man mit dem kleinen Stöckchen da könnte noch rauf kommen. Nein, anscheinend nicht. Und wenn wir nicht zu viel Zeit verlieren, probieren wir schon noch ein paar. Und ihr wisst ja, mit leider ein Tegas an dem Spiel, der dich auch immer an der Kistall sichchen gehen. Obwohl es sie auch schon sind. Und auch so sagen, wir haben alles kontrolliert. Und wir sind zum Schluss im Buch. Und ich muss ehrlich sagen, dass sie die Levelern und ich habe auf der Anfangszeit auch wozu doch komisch Krampus an mir in die Bazaar gespielt. Ich spiele das heute im Februar. Es sind nur zehn Mädchen schon am Gang in die Mutter. Und ja, so. Dann haben wir das gemächtet. Heute aufpassen, dass wir nicht mit dem Plak da rauf rutschen. Und ja, dann gucken wir das auch nicht auszumachen. Denn ich steppe das Blu. Das Blu-Stückchen holen wir uns da drüber sitzen. Und dann müssen wir da gehen. Wenn ich von der Bred hier dachte, dass das geht. Und ich hoffe das. So, dann reagieren wir. Und perfekt. Ich präsentiere euch die Mission für diesen Levelern, dass wir den Mann mit Goldpilz anzumachen. Aber es war es nicht. Und wenn ich noch die letzte Kistall zu sehen, dann noch ein bisschen mit Tuckers. Da muss ich ein bisschen zu sehen. Ich möchte noch ein bisschen zu sehen. Ich möchte noch ein paar Referenzen auf den Eriksing. Let's Places, die wirklich für den Release-Demals gemacht hat. Und dann hat er ganz blind gemacht. Da ist ein bisschen zu sehen. Und ja, wir gucken uns an der Lurion. Und wir wollen ihn dann zu bleiben lassen. Und ihr merkt, wie ich gut anhört, und du hast ein Läschchen auf der Längste Seite innen, den du gleich rumkönnt. Und du mal da geht er Richtung Kristall. Und das ist schon ein bisschen gemeint. Was noch mit Trollmisch gewischt wäre, wäre, wenn sie auf all die drei Rundeln, die drei Kräser, wenn sie überall Läschchen gemänten, und das müssen die drei simultanen Stellen auf die Richtung hinzukommen. Und das wäre auch noch eine Menge mit den Laps gewischt. Das hat alles getobt. Ich denke, Nintendo möchte auch mal ein Spiel auf den kleinen Können schauen. Aber ich muss hier ein bisschen weglaufen. Voilà, der dritte Kristall gesammelt. Und du mal da könntest du dann zur Lächter-Challenge vom Level, an dem wir müssen. Hey, das tut dann zusammensteuern. Für hier rüber bei den Stärken zu kommen, wird auch nicht so einfach, als wird ausgesagt. Und ich betone, nein, wir haben am Tod sein Ganze gewischt. Das war ja den Tod. Das muss man mal kurz diskutieren, hey. Ich brauche da ein Nappel, was gut geht, ne. Ich muss natürlich nicht vorstellen, wenn sie mir im Wärme den Level genau den Rest durchgedreht hat. Da wäre mir nur ein kleiner Spaß beiseite, ne. Oh, leider. Da gelingt man da doch ein kleiner Geschwind. Ihr seht ja noch gleich, das hat mir gelungen. Das Spiel sieht man da doch. Da hat mir das kleine Trätsel gelöst. Und dann nehme ich doch hin. Das muss mich auch wirklich rüchtern. Das war noch besser gegangen. Bei mir, das hat beim Erik immer noch wie krass alles gesehen, dass er bei mir aufgefallen ist. Aber ja, wir haben dann auch Level 20 gepackt für heute. Und dann geht gleich an Level 21. Den ich ein bisschen gekotten, weil etwa eine große, große Sauerei. Den sehen wir gleich. Wieso? Den do Level lassen wir sehen oder ich würde vielleicht noch drügehangen. Ich weiß es schon, aber noch nicht. Wir sehen das gleich. Mal, wir haben nur noch einen kleinen Cut. Gehen wir Richtung Level 21. Und dann müssen wir 130. Dann müssen wir 130. Kristalle rühen. Wir haben eine sehr strategie für den Speedrunner. Und dann müssen wir gucken, dass er auch viel sammelt und noch viel da nicht auslesen. Tückisch. Eine tückische Gestergalerie. Wieso? Du kannst eine Karte haben. Weil ich habe da. Ich lebe schwer genug. Du siehst du, du hast schon ein Kristall, den ich kann volltonnen. Ganz tückisch. Da hat Anfangs gesagt, du kannst eigentlich mit der Stärle laufen. Wir haben nicht mit Nintendo. Wir schicken dich runter. Und dann, ich probiere noch ein. Geht die Säure und den Säuren ungriff, die hat mich mit den Toadettes. Die müssen total nur ein Kiefer beachten. Aber die Sache ist, dass die Säure und den Feier der Toadettes erst mich einfach nicht enthalten. Und ich sehe noch gleich, wieso. Ich möchte mich, dass es einen anderen Level gibt, wo es darum geht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon ein Level hatten, wo man echt in so eine Säure so sprang. Wenn man zu blöd sind, immer länger wippen, nur eins zu gehen. Und ich dachte, dass es den, weil er mir gesehen hat, ich habe schon lange gespielt, dass ich nur den, äh, super Pilz zu freischalten. Das probiere ich aber auch gleich an. Das ist selbst. Den Troll geht darum vier über. Und mit das, ich würde den ersten Level am Spiel nur in gewissen Zeitdruck aus. Aber wenn es zu lange nur eine Sturbeleistung sieht ja, wie sehr, dass die Säure, du, wo du jetzt... wo steu- du steuers. oder die Sturbeleistung ist. und ihr könnt mal von Seiten die Säure ausweichen. Aber er bleibt noch eine gute Stunde. Wir müssen los werden, weil du hast oft die zweite Kiste. Ich weiß, den Erik und den letzten Mal nicht die Gruppe in Englisch. Oder das sieht man irgendwie ganz sicher, wenn ich den Händen habe, den wir uns auch den zweiten Video hatten, während der noch einmal angeht. Und wir haben dann auch Bewezen. Da hat man den... Lucky Mushroom. Ich hab' den Speziell genommen. Lava lab, Maschum, hast du das? Da muss ich noch ein Kackermatter schreiben. Wie soll man den Nennen? Kann ich Speziell genommen? Ach, weil die Tando vergesst du den zu benennen. Also mit der Säure hast du auch den Schrauben Hölfter erreicht. Du musst ja gleich gucken, ob du es kommentieren kannst. Du kannst auch noch mal hochfahren. Da ist das gleich noch für den Luftsinn. Wird wirklich schon die Bohm und einfach durch die Mauerung an. Und äh... Treppeln. Wieso denn da ist kein Problem? Normalerweise gewischt. Ich bin noch auf dem Portal und los für die Objekte, wo wir Probleme wären. Also heute könnte eben die ganze... Die ganze Schrott und Wieso ist ein halbes Sturm bei dem Level am Geheimen. Voilà, ich will da rüberkommen. Me... Me... Ja. Das ist der zweiten Kristall. Das ist die Schwierigkeit im Ganzen. Und äh... Gleich könnt ihr dann gleich wissen, wie das ganze Doof ist. Es ist schön, dass gedaukt oder gedaukt, dass da nur ich mich verlinkt habe, vor seinem Video umgekehrt im Englisch. Können wir zum Schluss nur gucken, wie der sich aufregt. Das wäre unmöglich. Das wäre ja... In dieser Reihe. Also sind wir da rumbleiblich gefällt. Hallöchen. Mal länger fürcht mich gefreut, wie ich es gepackt bin. Hallöchen wocht eingeschrieben, und ich grüten am letzten 22, und natürlich fange an, wo alle schwärzen. Wie sowas da hat. Ich durfte das ein bisschen nach und drüben gedaukt, dass mich schon da, wo gekehrt wäre. Aber du musst aber 20 Minuten mal nachgucken. Ich denke, es wird vielleicht auch schon heute ausgeschaltet, weil ich... meine gläser Stimme mit nicht viel Luft unter Bild und drüben Evaluungen mache, wie sowas da hat. So. Da steht noch ein Kursau. Ich weiß nicht, wenn man da, weil er Düngebe gemerkt hat, dass er vor allem etwas beigemann ist, zum Schluss. Alle haben zu spät reagiert, und da gehen wir halt, wenn man die... äh... ... ... ... ... ... Ich habe schon gesehen, dass es so viele Leute zu zählen ist, dass ich ihn zu gehen. Aber ich habe versucht, dass es auf jeden Fall einhört. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Haben wir mal gemischtet, um endlich den Kristall zu bekommen? Hallo, ich sage auch ganz wichtig, dass es nicht normal ist. Wir müssen aber trotzdem umfassen, dass der Shortcut von ihm abgeht. Deswegen, wenn die anderen seht, wo ich rauskomme, kommen wir. Und dann habe ich noch kurz aufgeschlafen, wo die Führung geht. Du musst eben... Ich glaube, du kannst es nicht direkt blind machen. Wir müssen aber probieren. Und mit der ersten, weil ich es ja... Am vierer sind wir mal durchgucken. Und... Ich denke, ich muss nicht entscheiden, ob das nur der schwerste Kristall hat. Oder ob der andere vom letzten Part oder vom vierlechsten Part Mensch wäre. Aber das wäre... Und da ist auch noch eine kleine Wippe-Challenge. Und da kann ich auch gut hin. Und dann... Und jetzt habe ich jetzt einfach nur Tee trinken und kein Tee trinken. Und kein Tee nur so einfach, so rüberzukommen. Aber nein. Nintendo trollt euch immer die große Buse. Und das ist einfach, wenn man nur keinen Puls ist. Ich nenne einfach Locky-Marschuhe. Also man fährt nicht. Wenn man den nicht gehört hat, dann... Ich weiß nicht, wie das gehen wir. Wahrscheinlich nicht gut für Reis. Wir können dann einfach gemittelt stehen bleiben. Und dann trollen. Und dann haben wir erst dann eben auch die Challenger. Wir gehen dann an den zweiten geheimen Goldpist. Und dann... Einmal hier noch ein bisschen Tralalalalal. Und dann gibt es so ein... Der Gesetle heute die ganze Säure wäre... Just eng. Und dann... Imagination. Und dann gibt es sich sicher... Andermach. Und dann dritte Level. Ein Lächter Läufer hat gepackt. Aber wenn ich die Zeile gucke, vor mir nur zu kommentieren. Dann gibt es noch eine kleine, kleine Zugabe dabei. Nämlich den... Äh... Mumia Level. Maman. Trotzdem. Als Klang-Uso. Und vier. Dann... Brandon. Und der Blackstar hat sich nicht gepackt. Und dann... Klangentrollen muss man immer nur sehen. Ich spoilere heute auch Leute für die nächste Karriere. Für die die durchgeblieben ist. Das geht ja wirklich... Interessant. Für mich. Nicht für ihr. Aber vielleicht nur zu gucken. Ansehen. Wir werden auch noch eine ganze Säure an Bucht durch. Und... Nach mehr Mumien-Schanz. Wir haben 513 Läscher erreicht. Wir probieren alles dann als Ziel zu setzen. Einen zu steigern. Und wie gesagt, immer an meinem Training ab und zu. Für den großen Hinnall. Für den Projekt vielleicht auch positiv zu beenden. Aber nur dass mein Ziel habe in 2.2.50. Stecken zu kriegen. Ich mache mich nicht gut geschafft. Für einen Magen-Nub-Verhältnisser. Wie er war eigentlich. Den Upbau. Ich muss auch nicht viel zur Zürde gesiedeln. Für die dritte Karriere Magen. Ich... Mann. Hier. Das ist eben eine kleine Zugabe-Fanker zu weisen. Geht auch... Noch besser. Voila. Da. Da ist auch ein Ghost-Suppir. Ich höre jetzt mal so. Instantly. Ich gehe jetzt auch noch ein Kerl dabei. Ich will trotzdem die Domains und höre es dir gerne. Gut aufgeschaut. Und dann dafür auch viel zu zubere. Aber dann ist auch der schon da keine Duell. Aber das... Das ist einfach eine Drucksituation. Ne, weil auch umdurch ich den Timer den es nicht gewinnt. Was im ganzen Spiel an der Nacht. Dann sind so zwei Mumien-Toads. Die da besser könnten Angst machen. Wir gehen alle heute an die große... Läsche zu können. Das hat auch noch ein bisschen Jolo-Liked. Das hat auch gut gegangen. Also ich weiss nicht, dass alle Probleme haben. Ich will auch den hier packen. Und... Offiziell wird es heute immer mein Dossier-Wocket-League. Wenn es nicht ein guter Booker-Boss. Wie soll es so? Wir haben gepackt mit 600 D-Left. Das wäre für dieses Jahr... Große Merci und ihr, dass ihr durchgehältet mit mir. Mathe, Scheissstimme. Bis die nächste Karte, dann geht es dir hoffentlich besser. Allez, machte gut. Bis dann. und dann bald wird es so.